EhhH Mathes konnte besser gehen Erinnerst Du Dich Chef ? Wie könnte ich den Käsen Mamaiki vergessen? Das war nur das erste regel denen Du begegnet bist Ach und mit dem hattest Du ja auch gleich Sex Und wie begrüßen sie die menschlein bei der Beschneidung ? A-A-A A-A Ganz einfach mit Fröhliche Lüe Ja und dann Dann Unterhalte ich mich mit den Kindern und Ja und dann Kick ich mit den Kindern Also da täuscht dich wohl deine Erinnerung Nein nein ich erinnere mich ganz genau Finger nich Und dann 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 Und dann 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 Ich Ich möchte auch gerne mal mit einem Menschlein Flippen Abandon or Nadinvapandatnvapand говорил J assez Jyaaaaaah Ooohh-ohh-ohh op It's- it'sis ... Is- Hallo Frusch AntwoĀrte 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 Loo experien Fordor Ha 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 Mach mal ne Pflege Siss Soll der Sack bluais fertig werden Stürm nicht gleich auf das Kind los, hm? Versuch es einfach langsam kennenzulernen. Langsam. Ja. Langsam. Ah! Ah! Guten Tag, mein Junge! Was soll er denn mit diesem Sack? Jetzt wollen wir was spielen! Was denn? Vielleicht Sackkissen? Komm, gib mir! Piepel deine Eile! Wow! Geht sehr gut, mein Junge? Nein! 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 Der Sack, der ist hunds gemeine! Ja! Weil du grüßt, 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 grüßt. War gut? Oh! 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 Wer war das? Wer war das? Was ist das? Endlich? Endlich? Ich war das. Ja, doch. Von den Geschmack. Was?